Grüß dich, ich habe die Erde. Buongiorno, Signore. Ah, so schön, ihr in Munche. Äh, Jarding, wir sind rein Jarding. Sie, Munche ist super, ja. Jarding, mir, mir, das ist Jarding, nicht München. Magst du schon was trinken? Allora, sie, ich nehme eine Birra. Bier? Weizen, helles, dunkles, starkes Bier, leichtes Bier oder... Magst du einfach ein Quasmas? Äh, einfach eine Birra, Beroni. Dann, du kriegst ein Quasmas. Und magst du essen auch schon was? Ähm, poi, ich nehme eine weiße Wurst. Die gibt es leider nur bis um 2. Und bitte mit Tomatensauce. Tomatensauce, ja. Und dann, ich nehme noch eine Wurstelle. Schweinswürstel. Sie, Wurstelle, sie. Schweinswürstel mit Sauerkraut. No, bitte mit Spaghetti. Schweinswürstel mit Spaghetti. So, na, na. Ah, und als Letzte nehme ich eine Ackerse. Hachsen. Sie, Ackerse. Hachsen, Schweinshachsen. Sie, ich sage doch, Ackerse. Schweinshachsen. Ich sage doch, Ackerse. Was aber, sind sie dumm oder was Ackerse, sage ich doch. Du hast Schweinshachsen. Ich sage doch, Ackerse. 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 Ich sage doch, Ackerse.